Was? Zwei. Ja, ist an. Hallo und damit willkommen zu Supporter, denn zwei mit Fleisch. Mit Centus? Der geilen Braut hier. Hm. Ja. Alter! Das war ja krack. Ich will doch hier nix haben. Also hören wir nicht rum. Aber dennoch... Du kannst mich doch nicht einfach anschießen. Guck mal, dann heißen doch schon die Leute. So. Zum Unterschlupf. Was haben wir denn noch eigentlich für Mission hier? Ehrlich? Ich hab keine Ahnung. Das ist eigentlich voll Rille, ne? Ja. Warum haben wir da hin müssen? Ja. Ich weiß ja nicht, welches Gewehr ich jetzt hier alles nehme, oder? Yeah, da ist Clapp, 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 Clapp. Clapp, Clapp. Ich weiß noch, wo wir unsere ganze Kohle ausgegeben haben. Ja, beim Zocken. Beim letzten Mal. Ja, jetzt mal Kohle erst wieder reinholen. Ja. Ja. Ah, das war ich jetzt schon. Da hab ich wieder Ärger hier. Hm. Noch nicht kommt der hier rein. Hä? Noch nicht kommt der hier rein. Gib ich mal. Na, jawoll, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ja, das passt. Doch, hör mal da was. Keine Ahnung. Äh, ne. Hier ist das die erste Mission, die wir machen müssen. Hm, ich weiß. In dem Gebiet. Glaube ich mal. Irgendwas wie Klapp, Freehorns. Stammt doch mal. Was glaubst du? Ach, komm, halt's mal, du. Dann aber nicht. Da ist wieder der YOLO-Modus. Der YOLO? Ja. Ja, ja. Warte, die wieder Kotzbrocken hier vorne. Ja, war doch klar. Hm? Wie ist der? Ja. 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 War ich nicht. Abfalls gedrückt. Oh. Autsch. Du wieder, ne? Ich muss der so zerfetzt nehmen. Keil, ne? Weil das ein Psychos. Ja, jetzt gibt's hier richtig, die Abstimmung wieder. Aha. War ich nicht. Okay. Ausnahmsweise. Oh. Du wieder, ne? Ja, ich brauch doch irgendwie Leben. Ja, ja. Ja. Das ist eigentlich mein Gewehr. Immer wenn man das Gewehr braucht, ne? Dann hat man sie. Mach nochmal. Der schießt jetzt mal ab wieder. Hey, da kommen wir noch mehr. Die hab ich aber nicht geholt. War ich nicht. Nein, den hast du nicht geholt, ne? Hehehe. Hehehe. Ob du da nicht hinschießt? Nö, überhaupt nicht. So. Ich glaube, ich sollte fahren, ne? Wie war das? Catch a ride. Wolltest du auch fahren? Und dann hinschiegt diese pinke Scheiße wieder. Ja und? Nicht? Ja und? Oh. Keine Raketenwaffe? Ne. Wieso nicht? Da auch nicht, weil ich da keine Raketenwaffe hatte. Ist ja egal. Ist aber auswählen können. Hätte. Wirst du noch töten hier? Hehehe. Ein bisschen kehlen. Ja, hinter uns kommt gleich was. Kleine Missing da? Da meinst du es nicht genau? Hä? Meinst du es nicht genau? Das ist wohl den Ort. Klatsch. Klatsch einfach umfahren hier. Was ist denn? Ja. Was ist das? Ja. Ja. Was ist das? Da oder links? Luki Luki an der Karte. Ist eigentlich Rille? Hä? Ist eigentlich Rille. Ja. Ist ja eh durch. So oder so. Er reißt. Er reißt. Er reißt. Er reißt. Er reißt. Er beginnt. Oh, das Gewehr. Sieht schön aus. Hätte ich auch gerne. Ja. Ich hätte eigentlich mal ne schönere Waffe. Oder bessere mal. Nein, es gibt immer nur Kack Waffen. Äh. Du heilst doch immer nur rum. Heul, heul, heul. Gleich hier direkt umnieten hier. Wo sind wir denn? Mach das mal. Das direkt neben uns. Ach guck mal hier. Ist doch passend. Ist das nicht mit irgendwie anschalten oder was das aber? Mh. Ne. Der hatte doch diese komische Waffe. Die äh. Keine Wunden hinterlässt. Hä? Ich glaube das ist die Slack Waffen. Was für? Ja. Stepp doch mal. Ich sehe hier. Ja. Einfach nur draufrotzen hier. YOLO. Ja. Komm mal rüber. Ey. Was ist mit dir denn los hier? Also nicht. Was mit dir denn los war. Ich habe aber ordentlich Schaden genommen. Komm ey. Komm. Komm. Stepp doch mal. Du auch. Dieses Mist hier. Ach hier. Mh. Mh. Alles einfach mal. Boah. Die Karte qualmt ja so schön. Wie musst du hin? Äh. Wir steigen mal aus. Ja. Ja. Den 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 den. Mach aber nicht. Harte. Ich muss ja gucken ob ich alles nachgeladen hab. Ich glaub wieder nicht. Ich ja. Ach das erste. Ja dann. Ja ja. Hab die noch. Ja. Ich hab doch mal. Was ist los mit dir? Komm her. Hi. So. Ja. Es fällt dir ein. Bist du da nachladen? Nein. Obwohl weißt du was? Doch. Musst du nachladen ja. Ach ja. Einfach den Modus hier. Da hat man die Modus eingestellt. Ich geh gleich drauf aber das ist das Rille. Ja. Oh. Bei. Äh. Manche Waffen wäre nicht. Weißt du das auch so oder stirbst du? Ich weiß es noch nicht. Ne. Ne. Doch. Scheiß Dinge echt. Tipp doch mal. Ja hier hab ich für die scheiß Waffen hier. Na jetzt geht es gleich richtig los glaube ich. Jetzt kommt der Typ es oder? Ja. Ich darf jetzt auch nicht zu nahe gehen. Oder soll ich schon aktivieren? Ne warte mal noch. Ja. Okay mein Modus ist wieder aktiv alles klar. Ist auf jeden Fall wichtig. Alles mitten in mir. Anziehen Kanister. Oh. Oh. Eine billige Waffe. Ich dachte hier ist das was drin. Kommst du? Dann gehts. Äh. 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 Jemanden. Muss auch. Ja da ist nur so blöd ne? Tüh, dü, 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 dü. und jetzt drauf weiter schon und sie waffen drauf ja was mache ich jetzt mit dir alter schwede ich bin auch gleich ich bin auch dauernd weil ich ganz tot muss jetzt wollen ich auch gleich tot er will dir immer stärker werden wir haben nur kack waffen das ist blöde stimmt noob down enemy down ja ich tippe mal ganz oben wenn ich auch wir sind hier oben gespawnt und vollem kack ist das wenn man keine munition hat ja komm herflich deswegen kam ja auch nicht mehr rechtzeitig zu spielen wie viele noch mein armen das ist immer alles voll weiß ob da brennen welche naja ich versuche schon die gleichen leute zu treffen die du auch trist damit es etwas schneller geht das nachladen dauert für lange vielleicht tot vor sich naja auf nein ok und ich habe und ich habe vor meiner schuldwinde kommt stört ja auch nicht von mir aus mann nur sind los jetzt hier nicht ganz schön schlecht sind halt nicht mehr im johle modus sondern wir sind auch wo wir sind auch an einem ort wo wir eigentlich noch nicht hin sollen oder noch nicht hin können ja toll und so gehen wir ja weil das ding einfach irgendwie weil halt darum anscheinend ich das war verlocken na also wo ist denn die karte da das ist naja das das nächste ding hier was wirklich da ist mhm die ziel auch schön wo die mittel wieder munition sein schest doch umzubringen sein schon er hat ja alles gemacht was wir hätten machen können aber anscheinend ist das ja noch hier noch eine ist auch noch schwer genug das ist eine pistole die toschi maus hier ich habe hier noch was neues gehabt eben oder möchte ich gucken du bist oben damit hier ist zu dumm für die welt ach so kommt ein bisschen größere kiste ich schlucke boah jawoll schilde jawoll den schilder da ich den gefunden habe nämlich den sucht du den anderen aus und ich weißt du hinkommst wie bist du da hochgekommen auf den länglichen container in der mitte behindert und dann sprichst du rüber wie behindert oh naja ja dafür brauchst du aber guck mal welches level man braucht ja aber egal mitnehmen ja war klar dass du beide nimmst sagst du sollst du einnehmen ich hätte bis nichts gesagt wieder kennst mich doch du musst du nicht beides mit bin ich so nett ne nimmst du da gleich schon die ganze verkaufen deswegen hier oben kann man noch weiter lang laufen da haben wir noch ein bisschen kohle da wollte ich schon mal ein bike fahrzeug steht schon mal sexy lady fertig ach da oben bist du ja ja hier ist noch einer lad mal nach so denn